Seit Jahren schwänzt ich die Schule wegen dir. Ich weiß einen Scheiß. Und wofür? Wie viele Feinde hast du bitte? Warum ist alles mit dir ein Kampf? Wasser, du lernst es jetzt, Morty. Das Leben ist ein Kampf. Mit Mr. Nimbus. Hast du dich etwa lustig? Dieser Mr. Nimbus ist ein eiskalter Killer, Morty. Los jetzt. Das ist sein magisches Ozeanhorn. Ist das Mr. Nimbus? Nimbus. Richard, du siehst beschissen aus. Bringen wir es hinter uns. Entschuldige, ist das dein Ernst? Jerry! Moment, nein. Du hast deinen Planeten gefickt. Ich kann wirklich nicht glauben, dass du vor dem Typen Angst hast. Also der gefällt mir, Rick. Er ist so wild und ungezähmt. Möglicherweise braucht er eine etwas festere Hand. Okay, das reicht. Ich rufe die Polizei. Ja, nur zu. Jerry! Ich mach's. Gut, ich kontrolliere sie. Bitte was? Er kontrolliert die Polizei. Ja, ergibt Sinn. In Dummhausen vielleicht. Polizei? Ein notgeiler Ozeanmann steht in meinem Vorgarten. Ja, wir sind weiß. Wieso? Fragen Sie? Keine Bewegung! Kämpft! Fickt! Flieht! Hauen wir ab! Wollen wir, Richard? Na gut, aber meine Fresse, das ist Mr. Nimbus. Er kontrolliert die Polizei. Ähm, hallo? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich hab ein paar Polizisten gesehen, die miteinander Sex hatten. Hi, Jessica! Hi! Ja, du bist hier richtig. Ähm, Leute, das ist Jessica. Das sind die anderen und das ist, ähm... Ich bin Mr. Nimbus. Herr Gott, Nimbus, komm jetzt rein. Morty, hol den Wein. Ja, mach ich gleich. Komm mit, Jessica. Tretet beiseite. Es sei denn, ihr seid Nimbus-Material. Ha, wenn es das heißt, was ich vermute, kann ich Ihnen mitteilen, dass wir gemeinsam Pornos schauen. Oho! Oho! Wow, sieht aus, als seid ihr euch beide gerade abgenickt. Äh, abgenickt? Mr. Nimbus hat ein Gespür für sowas. Ihr seid wohl zuerst experimentierfreudig. Oh ja, das kann man wohl sagen. Wir schauen gemeinsam Pornos. Schön, ich vermerke, dass ihr für einen Dreier in Frage kommt. Hier sind alle Informationen. Der König des Ozeans möchte einen Dreier mit uns? Das ist natürlich kein Muss, aber eine einmalige Möglichkeit. Ich bin wirklich neidisch. Tragt euch ganz hinten ein, damit wir wissen, wohin wir den Geschenkkopf schicken können. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Du scheinst ja gar nicht abgeneigt zu sein. Naja, du, aber auch nicht. Oh mein Gott, passiert das wirklich? Wahnsinn. Ich dachte, sowas gibt es nur in New York oder auf HBO. Dr. Wong lag bis jetzt goldrichtig. Du hast recht. Das ist exakt das, wovon sie gesprochen hat. Gut, äh, ja, dann mach es dir mal bequem. Such dir einen Film aus. Wir können aber auch interdimensionales Kappelfernsehen schauen. Und jetzt geht's weiter mit Nintendo 69. Nintendo, was machst du mit mir? Oh, Nintendo. Oh, oh. Oder wir schauen, was dir, was auch immer dir so gefällt. Morty, habe ich richtig gehört, du holst Wein? Ja, ich muss Wein für Grandpas Besuch besorgen. Hast du was übrig? Oh, äh, ja, 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 ja. Ich hol welchen. Nur für dich. Cool. Beeil dich. Ja, 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 ja. Concentrate's turned into a car, Morty. Ja, 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 ja. Oh, äh, ja, ja. Und Loki so, ich flehe um Gnade. Und ich so, sorry Kumpel, mit dem Helm verstehe ich kein Wort. Badabum, mit dem Uni-Beam in die Fresse. Wie lief's mit den Kampfjets, grüner Freund? Also, Hulk draufhauen. Und Hulk draufhauen. Aber dann Hulk draufhauen. Das glaub ich jetzt nicht, Mann. Hulk schwer. Okay, also tja, ich kicke diesen Kerl um und schieße mit meinen Pistolen. Aber anscheinend war der Typ immun gegen Patronen und auch gegen Karate. Oh Gott, ich bin echt die Uncoolste hier im Team. Ich verstehe nicht, warum ihr mich nicht rausschmeißt. Oh yeah. Baby, 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 baby. Sag sowas nicht. Du bist extrem wichtig für das Team. Stimmt's, Leute? Ja, ganz genau. Wirklich? Im nächsten Kampf heißt's dann Vorsicht, hier kommt Black Widow, hä? Ja! Black Widow ist von uns gegangen. Aber sie hat uns etwas Wichtiges gelehrt. Nämlich, dass man mit Karate den götterverschlingenden Demogorg nicht besiegen kann. Ich hätte ihn aber fast mit meinen Pfeilen getroffen. Stimmt doch. Was rede ich eigentlich? Ich verstehe nicht, wieso ihr mich nicht rausschmeißt. Oh yeah. Oh, gestern Abend hat Mr. Pickles... Ja, bitte nicht noch eine böser Mr. Pickles-Story. Eigentlich hatten ich und Mr. Pickles eine tolle Nacht. Ich wachte auf und er schüttete Whisky in meinen Mund. Hey, was tut... Hey, das ist ziemlich gut. Er überredete mich, in die Kneipe zu gehen. Wir ließen es richtig kracht und piepen, bis wir rausgeschmissen wurden. Doch Mr. Pickles wollte weiter feiern. Das letzte, woran ich mich erinnere, ähm... Wir haben deine Freundin Linda getroffen. Hi, Grandpa! An alles andere erinnere ich mich nicht mehr. Vielleicht will Mr. Pickles mich nicht mehr quälen und dass wir Freunde werden. Guten Morgen, Baby! Hä? Letzte Nacht machst du ein richtiges Tier. Linda, ist das der Ehering meiner Mutter? Wir haben geheiratet! Was? Wir haben geheiratet? Ich hab ne neue Omi! Los, lass uns hochgehen! Oh Gott, wie komm ich nur da raus? Die Ehe ist ein wichtiges Versprechen, das du ernst nehmen solltest. Wä? Du? Zu Beginn bist du da unten, eine Bohnenstange. Dann bist du aufgepumpt. Und dann definiert. Danach waschbrettartig, stiernackig, bullig und schließlich ausdefiniert. Also so wie ich. Wow, und was ist das? Oh, niemand ist bis jetzt der perfekte Brecher geworden. Dazu müsstest du das unmögliche Watt abschließen. Das kann einen buchstäblich umbringen. Jetzt müssen wir dich erstmal ein bisschen aufpumpen, okay? Oh, die sind ja gar nicht zu schwirr. Oh, Daddy, spiel mit mir! Tut mir leid, Candice. Nur noch ein paar Warts und Protein-Shakes und dann hebe ich dich bis an die Decke, Kleine. Ja! Jim Crunch sagt, Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Und hast du keine Schmerzen, hat es nichts gebracht. Kenne deine Grenzen und trotze ihnen täglich, denn man hört nicht auf, wenn man müde ist. Man hört auf, wenn man fertig ist. Und wenn man... Die Grenzen und Trottot Oh, genau! Ugh! Ah! Das war's. Rude! Ihr seid nicht mehr als unbedeutende Insekten für Aku. Und Insekten werden zerquetscht. Und ausgerattet! Oh, ladies and gentlemen, he's in movies! Seth Rogen! Oh, cool! Hey, how's it going? Your dick is hanging out. Yeah, oh, all right. X, Y, Z, examine your zipper. What's your, what's your, what's your cell phone number? Uh, what's my cell phone number? We'll just put it up at the bottom. Anybody has some comments, questions about? I don't want to do that. About? Please don't do that. Uh, okay. I want to talk about, you're in love. You have a wife. I do, yeah. Do you make, do you have sex or you make love to that poor woman? Well, I don't know if she considers herself a poor woman, but yeah. Not monetarily, just what she's going, what you're putting her through. We have sex and make love. Do you touch her boobies? I do, yeah. And she touches your peepee? She does touch my peepee. My penis, not my literal peepee. I don't piss on my wife, if that's what you're asking. What's the most high you've ever been? What's the most high I've ever been? Uh, I don't know. Sometimes I, when I get high, I think this show is a ploy for Eric to kill me. But then I get sober and I'd be like, man, I was tripping. I have something I actually want to promote, can I do that? Alright, it is Velcro time! For Velcro time, this is where you put on a Velcro suit, jump off that trampoline, and you will stick to the Velcro wall. Didn't Letterman do like this exact bit for like 20 years? If it works, it works. Alright, on your mark, get set, go! What happened? Woah! Woah! Ach! Eine Binder Huang Herrschaften! Wir stehen mit dem Rücken zur Wand! Ok? Wir brauchen ein Brainstormtornado! Also gebt mir ein paar Ideen! Was, wenn wir dem Engel mit dem Hammer auf den Kopf schlagen? Das Partyloch soll einen lustigen Flair haben. Ich glaube, wenn wir damit anfangen, einen Engel mit einem Hammertod zu prügeln, könnte das den Lustigkeitsfaktor behindern, den wir kreieren wollen. Aber tolle Energie und schön, dass du deinen eigenen Hammer mithast. Wir sind hier gerade mitten beim Brainstormen. Ich will nicht nörgeln, aber wir haben den Raum ab 3.30 reserviert. Das Ding ist, ich glaube, es macht dir gar nichts aus, zu nörgeln. Geht in den Alkoven. Verschwindet. Der Alkoven ist nicht für Meetings geeignet. Das sind Fledermäuse und Glühwürmchen, die schreien rum. Jemand rollt immer ein Fels vor den Eingang und dann steckst du vier Wochen da drin fest. Papier lügt nicht. Wenn du mich wirklich liebst, dann spring. Dann wirst du mein. Für immer und ewig. Kannst du vergessen. Was? Wie? Ich sagte, nein, du Idiot. Aber du musst doch springen. Du kannst es nicht mehr ändern. Es ist bereits passiert. Es ist eine Entstehungsgeschichte. Falsch. Das ist nicht meine Entstehungsgeschichte. Meine echte Entstehung ist nicht hier passiert. Sie fand in deinem Versteck statt. Und ich hatte auch nicht dieses Kostüm an. Und glaub mir, ich habe nicht gesagt, dass ein Traum wahr wird. Ich habe gesagt, geh und verpiss dich, Volk Vossen. Harley, hör auf mit dem Schwachsinnig. Du glaubst, du hast mich erschaffen, aber das hat niemand getan. Nicht mal meine Eltern haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Genau so wenig wie Jessica Sana, als sie im Camp behauptet hat, ich hätte meine Jungfräulichkeit an ein Pferd verloren. An ein Pferd. Und auch nicht die Cops, die mich stundenlang befragt haben, was mit Jessica passiert ist. Und du hast mich am allerwenigsten erschaffen, Pudding. Ich habe dir deinen Namen gegeben. Du bist von Harleen Quinzel auf Harley Quinn gekommen? Tolle Leistung, du Genie. Du hast mich nicht erschaffen, Joker. Das war ich selbst. Aber du kannst deine Erinnerung nicht verändern. Das sind hier nicht die Vergiss-Mein-Nicht-Regeln. Mein Kopf, meine Regeln. Ich bin froh, meine Regeln. Ich bin froh, meine Regeln. Ich bin froh.